Der Scout Sunny 2 ist geeignet für normal gebaute Grundschulkinder. Der Deckel lässt sich über ein einfach zu bedienendes Magnetraster-Schloss weit öffnen. Für eine flexible Anpassung des Innenraumvolumens ist das Schloss höhenverstellbar. Das große Hauptfach besitzt am Rücken ein Schwerlastfach für Bücher mit zwei kleinen aufgesetzten Einschubfächern. An der Vorderseite gibt es drei Einschubfächer plus ein weiteres mit Reißverschluss. Die Vortasche mit Gummibändern ist perfekt für den Transport einer Brotzeitbox geeignet. Ein Stundenplan im Deckel und ein Adressschild werten das Innenleben auf. Zwei offene Seitentaschen mit Dehnfalte, Gummiband und Ablauföffnung bieten Platz für Trinkflaschen bis zu 0,6 Litern. Das Modell Sunny 2 von Scout hat ein ergonomisches, stufenlos, höhenverstellbares Rückensystem. Die Größenunterteilung in S, M, L und XL dienen als Richtwerte. Für den bequemen Sitz sorgen auch die Lagekontrollriemen, der höhenverstellbare Brustgurt und der abnehmbare Hüftgurt. Zu den weiteren Pluspunkten vom Schulranzen gehören sein stabiler Boden mit fünf Stellfüßchen und die Aufhängeschlaufe. Für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen die retroreflektierenden Flächen. Der Schulranzen ist wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht. Wir empfehlen bei Regen- oder Schneefall eine Regenhaube zu nutzen. Für die Herstellung vom Scout Sunny 2 werden Textilien, die aus recycelten PET-Flaschen bestehen, eingesetzt. Zudem ist der Schulranzen PVC und PFC frei. Den Scout Sunny 2 gibt es aktuell in ein paar Motiven auch in einer DIN 58124 Variante. Der Sunny 2 ist mit wechselbaren Motiven den Funny Snaps ausgestattet. Der Scout Sunny 2 ist aktuell auch in den Ausführungen Premium und Safety Light erhältlich. Der Ranzen ist in den beiden Ausführungen mit keinen Funny Snaps, sondern mit Applikationen ausgestattet. Die Premium-Ausführung punktet mit den in das Ranzen-Design integrierten, retroreflektierten Elementen sowie mit einer integrierten Waage zum schnellen Überprüfen des Schulranzen-Gesamtgewichts. Der Sunny 2 in der Ausführung Safety Light ist für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr mit blinkenden LED-Lichtleitern ausgestattet, die über eine wiederaufladbare Powerbank mit Taschenlampen-Funktion betrieben werden. Für weitere Informationen zum Scout Sunny 2 besuche unseren Shop. Den Link findest du oben in der Infokarte. Hast du bereits einige Erfahrungen mit dem Schulranzen-Modell Sunny 2 von Scout gemacht? Dann würden wir uns über deine Kommentare sehr freuen. Danke fürs Reinklicken und bis bald! Abonniere unseren Southspect-Channel, wenn du es noch nicht getan hast. Und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du uns direkt in unserem Schulranzen-Onlineshop besuchen oder noch eines unserer Videos ansehen. Bis zum nächsten Mal.